Es ist endlich kurz vorm Wochenende. Nein, schade, dass die Woche rum ist. Naja, ich muss sagen, für diese Woche ist es vielleicht gar nicht so schade. Zumindest mal mit Blick auf die Indizes. Unsere Klassiker, den DAX, was hat er gekonnt? Nicht so richtig was. So richtig tolle Aktion war es nicht. Sie ist aber eher hängend nach unten. Nicht mit Überzeugungskraft. Wir haben es ja mehrmals schon angesprochen, dass eigentlich sogar diese Zone hier unten um die 15.000, ich mag es nicht beschreien, aber dass die sehr realistisch ist, da hat sich nichts dran geändert. Insofern müssen wir da gar nicht lange dran rumkauen. Das ist durchaus sehr typisch, das übergeordnete Bild. Gucken wir uns bei Gelegenheit wieder an. Aber das kürzerfristige Bild, vier Stunden zum Beispiel, deutete ja schon an, das ist eher nicht die Haupttrendrichtung. Naja, gut, wollen wir mal gucken. Aber wir sehen auch schon anhand der Bewegung, dass es nach oben ebenfalls nicht so richtig toll aussieht. Also jedwede Versuche hier nach oben, seien es diese hier, sind entweder sehr dreiwellig angehaucht. Dreiwellig ist nicht in der Haupttrendrichtung, sind ja auch sofort korrigiert worden. Oder auch hier dieses Teilstück von da nach da, dreiwellig wieder angehaucht. Irgendwie das ist alles nichts. Allerdings nach unten auch. Also ihr seht schon, der Markt ist da, was das angeht, in beide Seiten unentschieden. Es gibt also nicht so wirklich eine klare Linie, keine klare Entscheidung. Und das haben sich die Marktteilnehmer selber eingebrockt. Die kommen ja dazu, das Bild so in den Markt reinzumalen sozusagen durch ihre Käufe und Verkäufe, durch ihre aktuelle Stimmung. Und wenn die alle keine Ahnung haben, was sie machen sollen, dann kommt eben ein Bild raus, was typischerweise sehr häufig auf beiden Seiten korrektiv ist. Also gerade das, was wir beim DAX haben, es ist die gezeichnete Langeweile sozusagen. Langeweile ist vielleicht ein böses Wort in dem Zusammenhang, aber es ist zumindest mal die gezeichnete Situation, dass keiner weiß, was er als nächstes machen soll. Und dann kommt sowas raus. Das gilt auch für mich als Händler. Also ich werde hier in diesem Moment, so wie das hier aussieht, absolut nicht tätig werden. Das macht keinen Sinn. Es ist nicht gut genug, nicht scharf genug, nicht deutlich genug, um hier auf die Abwärtsseite zu gehen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass das realistisch ist, dass wir hier hingehen. Aber ich mag solche Verläufe nicht. Diese Abwärtsbewegung, die wir haben von hier bis da oder vielleicht jetzt ja noch irgendwie weiter, die hat mir zu viele Überschneidungen in der Abwärtsseite. Die Gegenbewegungen, die wir haben, die überschneiden sich zu stark intern, hier im Kleinen wie im Großen. Das ist alles nicht optimal, um da richtig Spaß zu haben. Warum nicht Spaß? Wenn er doch runter geht, ist doch gut. Und ja, wenn er wirklich runter geht, wenn ich sicher wüsste, dann ist es immer gut. Wenn ich immer sicher weiß, was die Lottozahlen nächstes Wochenende sind, dann ist es natürlich kein Problem. Wenn ich es nicht richtig weiß oder sicher weiß, ist das Problem nur, dann ist man irgendwie drin, freut sich so ein bisschen. Und dann gibt es erstmal eine sehr deutliche Klatsche. Und dann hat man, ach Gott, soll ich vielleicht wieder rausgehen? Ach, ich schließe lieber, ist doch falsch. Und dann macht er wieder das. Das verlockt halt zu schlechter Stimmung. Und wenn ich eins nicht leiden kann beim Traden, ist es schlechte Stimmung. Emotion sollte immer draußen bleiben. Und in so einem Fall kann man eigentlich nicht gute Laune empfinden. Und dann muss man sich das Ganze vermutlich nicht antun. Dann lieber irgendwie was anderes finden, was man da machen kann. So, also der DAX ist es offensichtlich nicht der Liebling gegenwärtig. Gucken wir uns mal die Amerikaner an, wie es da aussieht. So richtig viel besser ist es da auch nicht. Beim Dow nach wie vor eben die Abwärtsseite da als ein günstiges oder gültiges Verhaltensmuster, was ich mir vorstellen kann, dass wir da noch tiefer gehen. Aber auch hier ist gute Stimmung im Sinne von, so ist es ganz klar und mit scharfer Macht. Wir haben hier eine Gegenbewegung, wir haben hier eine Gegenbewegung, wir haben hier eine Gegenbewegung. Und ihr seht wieder, die überschneiden dauernd mit den vorangegangenen Hochs und Tiefs hier. Das ist doof. Das ist nicht das Zeichen für, jawohl, Power, jetzt erst recht. Sondern das ist so, ich weiß auch nicht so richtig. Also ihr seht es. Die Marktteilnehmer haben sich nicht entschieden. Dementsprechend entscheide ich mich da erst recht nicht. Ich will sehen, dass ich irgendwo Power habe und dann die Gegenseite schwach ist. Dann kann man mindestens die Fortsetzung nochmal als Richtungsentscheidung zumindest mal nehmen. Das fehlt mir hier. Die Abwärtsseite auch hier relativ schwach. Das erinnert fast schon an dieses Muster in etwas größer. Fast schon von der Form. Also ihr seht, das wäre erst nochmal sogar als Korrektur durchgängig. Dann müsste der Kurs aber erstmal hier rüber gehen. Gut, bis dahin haben wir wahrscheinlich hier tausend Möglichkeiten, unterwegs mal irgendwas zu tun, wenn sich die Marktteilnehmer mal wieder auf was festlegen würden. Aber sie wollen es aktuell nicht. Das sehen wir auch im kleinen Chart, dass es eben in alle Richtungen eigentlich doof ist. Wobei wir immer wieder zwischendurch nochmal zumindest Schübe nach unten haben. Die allerdings auch, muss man fairerweise dazu sagen, relativ weit konterkariert werden. Ja, also insofern denke ich mal, ist das auf jeden Fall mal ein Blick wert, dass wir hier die Short-Seite noch nicht außen vor lassen können. Aber die echte Stimmung im Gesamtbild, die kommt nicht auf, solange wir diese vielen Überschneidungen haben und der Kurs zwar Einzelsegmente cool macht. Die kann man natürlich versuchen, ob man die handeln kann. Wenn man sie findet, wenn man da rechtzeitig reinkommt, wenn man da irgendwo getriggert wird beispielsweise, dass man wenigstens Teilstücke noch mitnehmen kann. Wenn man sie so gut sehen kann, ist es in Ordnung. Häufig sieht man sie aber nicht gut. Auch das eher nicht die optimale Situation, um da massiv dabei zu sein. S&P 500 quasi ähnlich, allerdings mit einer etwas spannenderen Situation. Denn anders als der DAX und der Dow Jones, wo ich ja das schon angedeutet habe, 33.000 beim Dow Jones, 15.000 ungefähr beim DAX, vielleicht ein bisschen tiefer sogar noch, wäre nicht so untypisch. Hier haben wir das nicht so als Zielmarke, aber wir haben hier eine Unterstützung. Und wir sehen schon, der Markt hängt hier seit Tagen fest. Das heißt, das ist schon irgendwie was, wo die Marktteilnehmer sagen, ja, aber da können wir doch nicht unten durch. Das haben wir doch die ganze Zeit geschafft, dass wir uns ungefähr auf diese Niveaus dann festgelegt haben. Ja, aber man traut sich dann doch nicht mehr hoch. Also der Wille ist da, das zu akzeptieren als eine Unterstützung, aber die Kraft fehlt, um daraus irgendwas zu bauen. Und das ist meistens kein gutes Zeichen. Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn die Marktteilnehmer das zwar sehen, dass sie wohl auch wollen, aber offensichtlich nicht die Power oder den Mut haben, hier entsprechend ihre Positionen dann auch aufzubauen. Dass der Markt dann sich aus diesen Niveaus dann wieder trennt. Ganz schlechtes Zeichen. Was wir dann hier haben. Also nicht die beste Voraussetzung. Und das, was wir hier haben, ist jetzt eigentlich die Zielzone. Das heißt, wir sind doppelt interessiert an dieser Marke. Nämlich ein normaler Rücksetzer bis dahin ist noch safe. Da gibt es noch nichts zu maulen. Nur viel tiefer. Nicht gut. Diese Zone ist noch in Ordnung. Nur viel tiefer. Nicht gut. Das heißt, hier wird jetzt tatsächlich eine Entscheidung fällig. Das ist nicht gesagt, dass er dann um 1000 Punkte fallen muss. Aber zumindest mal haben wir dann wieder luftleeren Raum. Ich mache es mal ein bisschen größer für all diejenigen, die jetzt das Immobiliengeräten vielleicht nicht so nachvollziehen können. Und da seht ihr mal so Orientierungsmarken. Die sind nicht heilig. Die sind in den Stein gemeißelt. Aber dazwischen ist viel Luft leer. Das heißt, da ist viel freier Fall möglich. Bis zur nächsten Marke dann. Das sind so die entsprechenden. Hier, diese Einzelmarken würde ich nicht so überbewerten. Aber insbesondere dort, wo wir diese etwas weiteren Cluster, also mit vielen Marken eben haben, da ist so eine gewisse Chance da, dass der Markt wenigstens halten kann. Aber ihr seht schon, die Orientierung ist im Moment nicht nach oben. Die Orientierung ist, wo kann es noch nach unten hingehen. Also auch hier. Gute Laune im Sinne von, das ist doch ganz sicher was für einen Kauf, ist hier nicht zu erkennen. Machen wir, wenn wir unsere Index-Tour noch fertig machen wollen, den Nasdaq noch mit dazu. Ich glaube, das ist dann auch erstmal in Ordnung. Ich werde sicherlich, ich glaube, am Wochenende noch mal was machen zum Thema übergeordnet. Dann auch die Asiaten, denn die sind wieder spannend. Also wenn ihr wollt, schaut euch das mal an. Ich glaube zumindest, dass ich das an diesem Wochenende mache. Ich mache es ja immer im Wechsel. Rohstoff, also zum Beispiel Gold, Silber hatten wir, glaube ich, das letzte Mal. Dementsprechend werden jetzt die Indizes und gerade der amerikanische Markt ist spannend. Also der japanische, habe ich amerikanisch gesagt, der japanische und auch der chinesische Markt ist spannend. Jeder so auf seine Art und Weise, wenn auch unterschiedlich. Und es kann sein, wenn dieser Markt doof wird, dass der eine oder andere dann sagt, warum soll ich mich mit so einem Blödsinn hier beschäftigen? Warum gehe ich da nicht in einen Markt, der richtig Bock hat, der noch gute Laune verbreitet? Aber das ist eine andere Geschichte, wird ein andermal erzählt. Gucken wir nochmal den Nasdaq an. Auch hier haben wir natürlich so gewisse Unterstützungen. Die sind sogar noch ein klein bisschen tiefer, wenn wir das mal ausmachen an den vorangegangenen Rücksetzern, wenn wir das mal so in ähnliche Relationen hier ranhalten wollen. Dann hätten wir sogar noch ein bisschen Platz. Und tatsächlich scheint der Markt auch noch kein echtes Interesse nach oben zu haben. Er lässt sich sofort, er versucht es nach oben, lässt sich die Wurst aber sofort vom Teller nehmen. Er versucht es nach oben, lässt sie sich aber sofort vom Teller nehmen. Und zwar weitlaufend. Kein gutes Zeichen. Die Marktteilnehmer nach oben nicht wirklich kräftig. Und man hat ein bisschen den Eindruck, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, als ob das nicht sogar eher irgendwie sowas ist. Steigend ja, aber eben irgendwie korrektiv. Und dass dann nochmal die Abwärtsseite eben kommt. Also vorläufig in diesem Moment sehe ich da ganz wenig Kraft im Markt, sondern die Betonung geht eigentlich nach unten. Wir sehen das an den vielen steilen Flanken, die nach unten laufen und den eher im Vergleich typischerweise mühsameren Flanken auf der Aufwärtsseite. Häufig wackelig, hier war es ja noch einigermaßen gut, aber wenn man das insgesamt als ABC auffasst, naja. Und deshalb die Idee, achtet mal drauf, wenn ihr nach oben wieder sowas seht, also irgendwie was das in diese Richtung geht. Ja, dann glaube ich, kann man sich getrost nochmal auf die Short-Seite setzen. Ich denke, vorläufig wäre das dann die richtige Variante. Das ist zumindest mal mein im Moment mal präferierteres Bild. Denn Stärke sehe ich aktuell nicht. Und ob die vom Wochenende noch aufkommt, ist mal sehr anzuzweifeln. So, in diesem Sinne, an dieser Stelle zumindest jetzt mal erstmal Schluss. Euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen Spaß habt heute an den Märkten, in welche Richtung auch immer. Es soll die richtige sein, idealerweise. Euch liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.